Moin meine Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge The Forest Eigentlich wollte ich mit dem Controller spielen, aber ich habe gerade schon ein bisschen rumprobiert Wenn ich mit dem Controller spiele, spackt das viel zu sehr rum Ich muss mir das Kabel mal irgendwie fixieren oder sowas Ich weiß nicht, ob es im Kabel liegt Oder ob es der Controller ist, ich habe keine Ahnung Ich weiß gar nicht, was ich jetzt diese Folge mache, weil wieder Mauerbauern ist scheiße Ich denke mal, dass ich hier irgendwo was bastel wieder Und zwar ist wieder, keine Ahnung, ein bisschen Deko hinklatschen hier Wir können ja hier zum Beispiel eine Bank hinsetzen Wo wir die dann beobachten können Kriege ich eigentlich wirklich kein Holz? Leider nicht Geil, ne? Wenn wir sitzen wollen Können wir uns hier beobachten So, ähm Ich habe echt keine Ahnung, was ich diese Folge machen soll Können wir in unserem Haus hier so ein Ding rein platzieren Also ich würde Ich werde wahrscheinlich jetzt hier erstmal nur wieder Deko-Kacke bauen Einfach weil Ja Ich nichts mehr so zu tun habe Und Auch wieder nur diese Folge jetzt aufnehmen werden Scheiße 30 Sticks, ernsthaft? Ein Hasenfeld kriege ich ja ganz einfach So Und zwar indem ich einfach Mal hier hingehe Oh, er hat geschrien Zack Und da haben wir auch unser Rabbit-Furrer So Fliegt erst mal einen Vogel rein Ja, boin Und wir brauchen mehr Sticks Schon haben wir einen Stuhl Bequem So Äh Ja, ich habe kein Nichts Jojo Tultul Dann Können wir noch Ich weiß jetzt echt nicht, was man jetzt noch machen könnte Oh ja, es gewittet Es gewittet Es gewittert Wart Ich habe keine Köppe mehr Jo Cold and wet Alles klar Ich bin Kalt und feucht 8 von 11 bei uns Sehr gut Hab ich gesagt, dass das nicht reicht Ja gut Das habe ich nicht gesagt Können wir schlafen? Ne Schade Ähm Haben wir hier irgendwas? Ne Ich weiß jetzt wirklich nicht, was wir machen können Es ist so schlimm Oh, 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 oh Musste ich mal wieder gehen Äh Ja, was können wir machen? Das ist die Frage Ich habe auch keine Lust jetzt nochmal in Höhlen Weil wir waren schon so oft in Höhlen Ich glaube einfach, dass Ich irgendwie Hier hinten nichts Jetzt hier nichts unbedingt machen kann Äh Geil Rasentüten können wir immer noch Natürlich schön Oh Ich glaube, wir kriegen Kälteschaden Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir Kälteschaden bekommen Ist ja jetzt die Frage Was machen wir beim Feuer? Vorher gehe ich aber Regen aus, ne? Wäre es mindestens logisch Tut's aber nicht Lol Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Ich habe keine Ahnung Wir machen dann doch mal die Mauer weiter Das andere fällt mir halt nicht ein Wenn ich die Feuerwehr einfach saukurz halten Ohne die Mauer Das wäre ja irgendwie Es ist ja mittlerweile langweilig geworden, ne? Nur auf die Mauer zu gehen Ich muss aber auch echt mal wieder in eine Höhle Also ich muss mal gucken Wie ich dazu alles dann mal durchpreschen werde Weil The Forest wird es auch nicht mehr allzu lange geben Ich werde einfach gucken, dass ich Vielleicht mache ich es auch offline Dass ich einfach sage Ach, komm Wo? Wo? Ach, mein Gott Nochmal Da habe ich jetzt so viel Lust drauf Wisst ihr? Oh Wenn man einmal was machen Da kommen die direkt an Wisst ihr was, Leute Ich bin so debout Ich hatte heute eine Leistungsklausur Nehmt es mir nicht übel Aber Ich denke mal, dass ich das jetzt hier speichere Und dann Die Folge jetzt beende Weil Ganz ehrlich Das geht mit so weit Oh Juck Habe ich das jetzt auf dem richtigen Slot gespeichert? Ja Ich muss sagen Bis zum nächsten Also bis zum Morgen Haut rein Und ciao